Hallo Freunde, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Only Girls. Ich krieg noch 10 Euro. Und dieses Mal spielen wir gegen Phanetics. Keine Ahnung. Mal gucken, was daraus wird. Jawohl, ja. Und die Drecksäcke aus Gegnerteam sind der feste Überzeugung gewesen, wir bannen einfach mal Katharina. Aber ist kein Problem, dann holen wir den nächsten OP-Champ raus. Akali, hey. Willkommen in unserer Runde. Willkommen in ihrer Sendung. Unsere. Natürlich. Die Ladies sagten gerade zu mir, ich hätte ja eigentlich auch das Spinnenbild nehmen müssen. Ja, wollte ich auch, aber ich habe halt, weil es die Zeit war mit Kiste Kiste schenken, habe ich einfach das Mega-Glück gehabt. Ich habe einfach mal Pulsfeuer Esreal bekommen. Dann habe ich Wetterfejana bekommen. Ja, unter anderem halt Bärenkavalerie Seju. Also ich habe bis jetzt mit diesem ganzen Kiste Kiste, habe ich mehr Gewinn gemacht als Verlust. Also allein wenn man überlegt, was kostet dieser scheiß Pulsfeuer Esreal Skin. 3000 irgendwas. Ihr seht ja. Und ich kriege dafür eine Kiste für 490 Ride-Points. Bäh-bäh. War das ernsthaft? Und dann kriegst du einfach so ein Skin, oder was? Ja, Junge. Kennst du nicht Kiste Kiste? Nein. Warte, wieder ein Heel-Pot. Äh, soll ich hier oben wieder hingehen, oder willst du hoch? Ja, sie, sie. Das ist ganz gut so eigentlich. Okay. Fange ich dann jetzt zweimal mit Stoffrüstung ein? Leben ist schon geil. Hä, was willst du denn zuerst bauen, Danina? Danina! Äh, Runium. Hatte ich schon Angst, dass ich den DC habe, weil ich den Kanten hatte. DC, du bekommst kein Geld. Robin, Crystal, Stoffrüstung. Okay. Wir bekommen kein Geld, haben die gesagt. Ja. Ist nicht schnell. Ist nicht mein Freund. Warte. Na, endlich, auf ein Fingernägel zu feilen. Habt ihr verdient? Hä? Das wäre das Schirm, habt ihr verdient. Oh. Ne, habt euch lieb, nicht die haben uns lieb. Immer. Ja, klar. Es ist hier oben, ne? Ich bin da gerade irgendwie unsicher, dass die Nishi vielleicht... Ah, genau. Ich habe gerade... Der war nicht schlecht. Ich habe gerade aus Versehen mein Dings ausgemacht. Mein Frips, heh heh. Oh. Aber war nur kurz. Also ich hatte geschrieben, wir sind Ladies und haben uns mega lieb. Warum habe ich ihn dann aus Versehen auf Null gedrückt? Ah, ich bin auf Gleich gekommen. Obwohl ich auf die Neun... Auf das Gleichzeichen. Und da gehts an und aus. Jetztожет man wieder an. Ja, ja, Junge. Alles tut die. Ja, ja, Junge. Ja, Junge. Ja, Junge. Momu, 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 Momu kommt. Momo kommt. Momo kommt, ich gehe auch mal hoch. Und die ist auch da, scheiße. Achso, ihr redet von mir. Über mich? Ja, genau. Kommst du weg? Auch, ich komme auch. Komm weg, hier, das Zielteil ist da. Ab auf den Hangchen. Komm, komm. Ich, ich bäns die weg. So. Gäng, 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 gäng. Wollt er denn? So. Okay. Den kriegen wir aber nicht. Die Minions. Nein, nein. Oh, wir gönn uns erstmal hier so ein... Ich geh, äh, farm. Oh, da war Momo wieder. Und hat mal kurz in den Busch geangelt. Oh, guck dir das an. Oh, der sieht aber schmackofatz aus. Wo bist du, Amomo? Hockst du hier immer noch im Busch? Warte mal. Lass mal lieber auf den Yi gehen. Komm ich hier durch? Soll ich mal voll retard versuchen, ob ich hier durchkomme? Wo ist da hin, der Yi? Warte. Ich brauche Sicht. Kann ich dir nicht bieten? Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Yi ist da. Der Yi ist da. Was machen die denn? Oh nein, Lisa, wir müssen hoch. Freakill. Mann, ich hab das immer falsch rum. Mein Flash und mein... Ach, meine Entzündung. Ich könnte... Ah, der ist zwar Level 4, aber du müsstest auch schon relativ hoch sein. Level 3. Da ist Momo hinter uns. Da ist er. Gönn dir, Lisa, gönn dir. Du kannst es schaffen. Nice! Okay, weg, weg, weg. Ihr sollt nicht zu greedy sein. Wegen, 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 wegen. Das ist ja nicht schlimm. Wir haben uns ja dafür direkt den Gangplank geholt. Der ist aber tot. Der hat für mich 400 Euro oder so bekommen. Mann, ey. Ja, wegen Fürstball, ja. Irgendwie kratzt meine Maus voll über den Tisch. Das geht ja auch in den Sack. Was hast du denn Müschen? Weiß ich nicht. Was ist da los? Also unten ist und so. Oh, ich bin hier wieder zurückgelaufen. Na hey. Ihr liegt auf Rücken. Ihr schläft. Auf Rücken? Kennst du das nicht? Oh, Hase liegt auf Rücken. Hase schläft. Ne, kenn ich nicht. Wenn er eigentlich tot ist. Das kommt aber früh. Oh. Oh. Ne. Ich werde mich nicht hinter den Schild eines anderen. Hehehehe. Oh mir, Kitty, Kitty. Mr. Kitty. Hallo Mr. Kitty. Oh nein, wollen wir nicht wieder damit anfangen, ey. Das bleibt ja ein ganzes Tafel. Achtung, ich komme mal hoch. Ja. Ah ne, der verpiste ich wieder. Achtung. Ich komme. Oh mein Gott, der hat mich vor Gott getrackt. Ich halte sie auf. Kill ihn. Mach ich doch. Ja. Nice one. Warte, ich hab noch drei Heal-Bot. Komm, Janina. Ja, ich komm. Ich komm hier durch. Ich komm hier durch, glaub ich. Oh, Level 6. Nice one. Achso, und der Gangplank ist noch nicht Level 6, aber gleich. Das heißt, der kann seine scheiß Ulti machen, ne? Ich hab schon ein bisschen Angst. Hier, die Minions... ...damagen mich ganz schön. Der kommt hoch. Der kommt hoch. Was macht der Wolfi, bitte? Tina, 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 Tina. Achso. Nice. Nice. Ich bin unten. Ich hab keine Mama. Eine Hit noch. Los, hey, du. Nice. Los, schaffst du. Nice. Fuck, yeah. Da kommt Mumu. Lauf, lauf, lauf. Oh, ich bin so langsam. Ich komm jetzt so langsam. Ja, ich hab noch nicht mal Schuhe. Trübe Tasse, du. Aber du trotzendlich schneller als ich was, hallo? Ja, sie ist Pickwoman. Hallo? Ja, ich tanze jetzt erst mal wieder. Hey, 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 hey. Der Taka verarscht mich doch. Entschuldigung. Oh, Mann. Ach ja, so schön. So, ich geh jetzt erst mal back, 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 back. Back, back, back. Back, 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 back. So. Problem solved. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Was ist da los? Warum hab ich hier zwei Kills? Habt ihr jeder auch einen? Ja. Ja, ich hab einen. Ah, das ist nett. Wir haben schon geteilt. Wonderful. Splendid. Oh, mein Gott. Wir müssen versuchen hier den Punkt von denen einzunehmen. Ich bin jetzt schon Tankier als Mumu. Das ist nett. Fantastic. Äh, Lappen. Oh, Gangtring. Hello. Oh, sorry, ich hab kein erstes gedacht. Ne, ist nicht schlimm. Der Yi ist auch nicht da. Hauptsache er hat als erstes direkt Statiks. Aber ich hab Level 6 am Start. Ich nicht. Ich bin ja V5 noch. Sehr geil. Na, der traut sich nicht vor, oder? Also bei einer Akadi, der verdeckt wird ich mich nicht ranfrauen, wenn ich nicht tanken will. Bleib doch jetzt hier, du Nut. Ach, so liegen alle euch runter. Ja. Ja. Äh, geht das? Ich, äh, ne, warte, der Gang kommt glaub ich hoch, ne, ja, warte, ich komm dir entgegen. Ich hab ihn. Okay, jetzt muss ich weg. Ne, ich bin, ich bin voll out of, hm. Out of energy. Wer rauf da jetzt? Na Gott. Nice. Okay, ich bleib hier, ich mach den Punkt. Komm mit. Geh da nach hoch. Ich geh farm. Ja, ich hab voll keine Energy gehabt. Ach, Fick dich. Sorry. Keine bösen Wörter. Fotze! Kennst du nicht das Kind noch, von damals, von der Supernanny? Kleine Fotze, meinst du die? Ja, genau. Da sagt die Mutter noch genauso, in dem gleichen Tod. Keine bösen Wörter. Und dann sagt das Kind, Fotze! Äh, Gangtang ist wieder jung. Was? Er hat doch geflamed. So, ich geh jetzt eben weg und dann... Komm, äh, ja, ich geh eben weg. Geh shoppen. Achtung, Yi kommt hoch, Tina. La 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 la, la la la. La 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 la. Vorwärts. Ja, hier sind wir Level 5. Junge. Ich bin jetzt auch Level 6, das heißt, das heißt, ich bin jetzt auch Level 6, das heißt jetzt... In Level 8, boah, was ist da los? Was machst du denn da für ein Spiel mit dem Amumu? Hihihi. Scheiße. Was hast du da für ein Spiel getrieben, Lisa? Lauf! Ach du, ich glaub Gangplank kommen... Nein, die kommen alle in Lies, komm, lauf! Ich bin unterwegs. Oh fuck. Hihihi. Was hast du denn gemacht? Die ist da im Tower hin und her gelaufen, auf und ab. Und der Amumu wollte einfach irgendwas machen. Aber konnte er nicht, er hat mich nicht gefangen. Wie, wenn ihr mit euren kleinen Geschwistern oder auch großen Geschwistern um Tisch rennt und euch fangen wollt. Achtung, die sind alle Mist, die kommen zu dir sehr wahrscheinlich jetzt, Tina. Pass auf. Ich fühle mich ohne Sonnenfallumhang so nackt. Awww. Oh, daneben geangelt. Komm mit Janina, mach dich bald. 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 Ich hab auch Ulti. Oh. Er wartet auf mich, wartet auf mich, wartet auf mich. Und Mumu dürfte keiner haben. Hier lauft, ihr Zigeuner, lauf doch, lauf doch, lauf doch, lauf doch, okay doch nicht. Ihr Zigeuner. Das sollte keine Beleidigung sein. Aber. Aber. Ah, da ist aber was im Los. Pfff. Und wenn du ein Ulti gleich irgendwie Kinn kriegst, dann mach ich mal ne Ulti irgendwo auf irgendein von denen. Dann wäre das. Pretty nice. Wir sollten den Tower nur den Tower vokussen. Ja. Dann kriegen wir den down und das erwarten die nicht. Und dann. Oh. Kriegen wir auf die Fresse. Lauft. 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 Ups. Oh nein. LOL. Tina. Ja, geht weiter. Oder so. I'm very sorry. Ich hab mal gedacht, dass ihr wenigstens wegkommen soll. Okay, jetzt laufen wir. Laufen. Jetzt laufen wir. Ich hab immer noch Barrier. Nein. Lisa. Na, okay, gut. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Hello. Ich hab immer noch Barrier halbtot. Ich hab immer noch Barrier, Frau Rita. Schafft ihr den Tower, weil dann kann ich hier, ich glaube ich fertig shoppen. Ja. Schafft ihr den? Ja. Ja, ich hab Speed Buff. Dat Zaubervampir. Hehehe. Hehehe. Süß. Hehehe. 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 Okay, realize next trait. Yes sir. Okiss Milady. Da bin ich wohl gerade vor die Wand gepirscht. Immer mit dem Kopf durch die Wand, oder was? Besser mit dem Kopf durch die Wand als gar kein Fenster. Ja, dann lauf mal, wo ich ging, denk. Ja. Und deine Freundin auch. Was los, sie? Willst du dich alleine gegen mich anlegen? Alleine gegen mich anlegen, Junge? Oh Gott. Lisa! Hätte ich, hätte ich machen können. Habe ich auch noch nicht. Der hätte Fahrradkette. Ach, da ist ja schon gar kein Tower mehr. Nee. Die haben wir doch gerade Bus. Hab irgendwie keine Musik mehr beim Spiel. Was ist das denn? Oh, oh, oh. Aber Jan Schnell. Hast du Ulti? Ja, asylisch. Voll ins Blaue hinein. Boah, was geht ab? Warum krieg ich die ganze Kills hier Freunde? Das ist gut. Aber der Amo. Aber ich bin Tank, Freunde. Ich bin auch Tanker. Lalalalalalalala. Boah, jetzt hat er es dir aber gegeben, Junge. Aua. Mann. Nicht, dass du gleich weinst. Jetzt habe ich eine Boile auf der Stirn. Bleibt hier unten und pushe ich mal oben. Lass mal mal oben pushen. Ja, ist auch gut. Sonst bleibt hier unten. Mensch, das heißt der Gedanke. Das ist voll Fahrt ohne Musik. Also ich habe noch Musik. Ich auch. Music is the key. Niemand wieder setzt sich nieder. Hey. Ich glaube dir gerne den Fahrt. Ja, ich merke schon. Was ist ja los? Wo sind die alle hin? Sind alle unten? Lass mal oben pushen. Ne, mach da ruhig unten ein paar Lava. Ja, dann kann Janina oben pushen. Ja, dann komm. Ich bin zwar nicht der Power-Pusher, aber... Auf den, Jiii. 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 Oh, ich weiß nicht, wo ich jetzt die Ultima drauf gesetzt habe. Schön, schön. Schafft ihr das? Ja, das sieht super aus, Mädels. Zwei gegen drei. Ihr zerpflückt die da wie Pille-Mann-Köppe. Putsch die da. Und ich war noch nicht mal drei Leute. Und ich war noch nicht mal mit im Teamfight. Ja, Freunde. Es läuft so gut, was ist da los? Ja, ich glaube, wir haben einfach unsere Team-Combo gefunden. Das ist doch scheiße. Süß. Wir können denen ja gerne mal einen Link von unserem Let's Play schicken. Dann weinen die. Noch mehr. Ah, ich push schon mal hier weiter. Ich schreibe, ich muss jetzt einfach mal Wärmung machen. Ja, mach mal. Äh, Lauber, bitte weiter. Lau, lau, lau. Ja, 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 ich sehe das schon. Ich mache hier so lange den Tower, ne, Freunde. Ich bin mal in Mingehütte. Ja. Will wieder Musik. Oh, scheiße, ich bin nicht in der Zange. Oh, ja. Da kommt die Musik wieder. Ich komme, Johnny, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Du hast ja Ulti, du hast Ulti, du hast Ulti, du hast Ulti. Nein, ich habe keine Mana, ich habe keine Mana, ich habe keine Mana, ich habe keine Mana. Ich komme, ich komme. Jetzt habe ich Mana. Oh, süß, ja, wieder. You, I know what you did, eh? Den zerfickt ihr doch auch, oder? Nice one. Ja, kriegen wir alles hin, Freunde. Ja, ich hatte... Army, ich hatte dann auch noch... Als ob. Ach, ich wäre auch super buttered. Schon. Wenn man so... Gegen Frauen auch noch verliert, ne? Jetzt ist er aber echt buttered. Was? Schaue ich mir heute noch ein? Ja... Ich hoffe da jetzt. Oh, hast du das gesehen? Aber bis die Folge kommt, dauert das ja noch ein bisschen. Also, für die Leute da ingame. Ja, Freunde, die haben mich da gerade einfach lockerflockig so schön den Tower machen lassen. Aber ich habe gleich wieder meinen alten Freund in Sonnenfrau... Die haben aufgegeben. Der ist der erste Win in den Promos. Wir sind zwar... Yes, Ladies. Hat jemand jetzt ganz schnell einen Link zur Hand eigentlich? Ich glaube, ich habe einen. 10 Euro habe ich auch nicht bekommen. Also... Bis dann, Freunde. Tschüssikowski.